Seilrutsche brauchen wir wahrscheinlich trotzdem Da ist er Da ist da der Hebel, oder? Blaues Rohr Das ist jetzt gemacht Hier ist das blaue Rohr Jaaaa Hast du ihn schon deaktiviert? Ja ich habe den Hebel schon benutzt Achso, brech den Müsst du mal den Sipplein reinschmeißen Ach, wir teilen hier keine Sivillians down Nee Was soll's denn? Machst du auf? Oder ich? Ja Was ist denn das hier? Roter RFID Transponder Achso, wir müssen wieder das gleiche machen wie vorhin wahrscheinlich Ja, wir müssen wieder ins Büro von Jordan Westman, ich habe schon wieder vergessen wo das war Seine Hände fesseln Wo war denn jetzt das Büro von War das auf der anderen Seite? Das kann auf der anderen Seite gewesen sein, ja Ja Okay, ich habe schon mal die rote Keycard Wie mache ich denn? Nachkampfangriff Mit V-Go Okay Ich baue schon mal den Transfer-Control rum Ich komme mal zurück rüber Hier war ja dieser USB-Stick drin, ne? Ja Wieso muss denn jetzt hier Gas sein? Das weiß ich nicht Ich sehe halt nichts Ums Prediger Ich brauche Alter! Das ist ein Wunzapper. Ja. Heck da mal schneller jetzt ein scheiß PC. Ich hab's hier! We need the right credentials to get our data on the market. Download an access key from one of the broker booths. Okay, kommst du mit runter? Ja. Du musst ja mit USB drive. Alter, diese Beleuchtung hier unten. Wo sind welche? Und du? Den hab ich aber schon angefangen aufzubohren vorher. Ja, ich hab die rote Keycard benutzt. Ah, okay. Ist das nicht hier? Nee. Okay, machst du die Schalter? Ja, kann ich machen. X4. Warte, 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 warte. Und dann können wir es ja mal ein bisschen ausreizen mit der Kohle. X4. Ja. Warte mal. X4 müsste das hier sein, ja. Dann musst du da die Luke aufmachen. Mhm. Dann Zugriff erlangen und mir dann den Code zu erlangen. Ja, dauert noch. Alter, wie lang brauchten die jetzt dafür? Eine Minute. Wat? Siehst du das bei dir in deinem Overlay an was? Ja, in dem Overlay siehs. Ja, dann komm ich noch mal kurz mit runter. Wom kommen denn die Bullen jetzt an, wenn ich gerade was trinke? Ja, dann gib doch mal eine andereilscheidung. Achtest du den Snap? Alles weiter. Du bist relativ du hast. Du hast nicht nur gerade, ne? Du Duck zus, oversight mit dir. 90 prozent 8 2 8 0 bist du oben irgendwie du bist auch nicht hochgegangen wo geht zu mir hoch verdammt so ab 0 da lebst du wieder? ja K2 wir sind outnumbered alter K2 sagst du? ja da ist K2 was ist das ein Kopter? das ist ein Zapper na da kommt doch irgendwo ein Nader durch die Bildschirm kann ich natürlich nicht durchschießen vorsicht Gasgranate ich würde halt ganz gerne für das Scharfschützengewehr noch das 1 3er Dings freischalten vorsicht da ist so ein Dingsquad hier so ein Sagotagesquad ach er macht natürlich kurz vorher noch einen Ausfallschritt nach links oder was? dieser kleine miese Drecksack hier alter kann der mal aufhören meine Panzerung runter zu kloppen alter da kannst du mal hier drauf rücken Ich kann das nicht, wenn ich die Milligand trage. 8166. Alter, ich laufe mega langsam mit der Milligand. 8166 war's. Ja. Okay, das ist wieder ein bisschen komischem Kops. Perfekt. Ja, aber könnte man da jetzt irgendwo rausgehen und da so ein FBI-Auto zerstören und dann kommen keine Bulldozer? Nee, ja, nicht. Oh, da kam ich mal ein Kloge an. Geschissen. Und dann lass mal ein bisschen ausreizen mit dem Geld. Dass irgendwas bringt. Das ist der Bulldozer. Oh. Alter. Ich glaube, du kannst dann auch schon hier hochkommen. Ach so. 3,8, 5, 8, ne? Ja. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt einfach mal laufen, oder? Oh. Ich werde bloß meine Minigun wiederholen. Ach so, ein EMP müssen wir noch holen. Ja, ja, das können wir ja machen. Jetzt lassen wir es erst mal ein bisschen laufen hier, mal wissen, wie viel Kohle es gibt. Du wirst trotzdem los, die 850.000 kriegen. Machen wir auf normal oder auf schwer gerade? Schwer. Also wie eben. Wie hoch der erbeutete Wert geht. Ob das unendlich weiterläuft, oder? Ach komm. Wo ist der da drüben, du den blöden Schild? Fuck. Wo ist denn dieses EMP-Ding? Ist das in dem Lüftungsschacht? Nee. Nee, das... Muss denn ab. Raunen Kiste, glaube ich, drin sein. Alter! 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 Diese scheiß Cloaker, ey. Ich treff den mit dem Scharfschützen wieder einfach nicht. Ich würde es jetzt einfach mal bis 10 Millionen laufen lassen. Ja, aber du kannst doch das Ding schon ziehen, oder nicht? Ach nee, es gibt nicht mehr als 5,8 Millionen. Na, haben wir es ja vorher auch schon fast bis zu max laufen lassen. Dann drück mal den Knopf. Ja, ich habe schon gezogen. Ach so, ich muss noch einen Knopf drücken, oder? Nee, nee, ich muss hier. Ja, vor allem, weil die halt so komische Ausfallschritte immer machen. Okay, dann auch aufs Dach. Ja. Kommt bloß mehr Bulldozer, als wenn man es leise macht. Ja. Warte mal, lass uns mal ganz kurz nochmal gucken. Da drüben ist der Security Room hier. Das da, ne? Ja. Das heißt, man muss hier hinten, kann man lang. Ja. Hier, wenn man da runterkommt, kann man hier lang. Ja. Sogar, ach, die ist sogar hier offen. Also man kann auch von hier aus rein. Ah, okay. Okay. Denn wenn wir auf Overkill das Ganze machen wollen, dann... Ja. Brauchen wir das definitiv? Ja. Dann brauchen wir auch die blaue Keycard. Hattest du die jetzt gefunden? Auch nicht. Wir haben aber auch nicht geguckt, ne? Wir haben beide eine rote Keycard gefunden, aber keine blaue. Was findet die Satellitenschüssel und baut sie zusammen? Was? Vielleicht ist doch noch ein bisschen anders. Oh, der Sniper. Ach, Mann. Immer diese Cloaker, Alter. Ach, komm. So, wo müssen wir denn da mit da drüben? Was schießt du denn auch alles auf uns? Da drüben ist wieder ein Bulldozer. Da drüben ist wieder ein Bulldozer. Da ist schon wieder ein Blöder. Na, da. Oh, Alter. Lass mal die Satellitenschüssel in Ruhe, Junge. Was für ein Kran. Müssen wir den noch drehen, oder was? Ach, du Scheiße. Und wer ist der really bad geherdet? Jetzt ist doch immer der Dallas, der really bad geherdet ist. So, was müssen wir machen? Wollen wir was anpassen? Hab ich schon gemacht. Kannst du dich mal um den Sniper im Hubschrauber kümmern? Bestimmt, wenn ich den Hubschrauber sehe. Da drüben bist du. Ach, du Scheiße. Ach, nee. Da hast du nur markiert. Okay. Okay. Was ist mit ihm hier? Alter, wie lange braucht denn dieser Scheiß-Kran noch? Ich hab den Drohnentypen ausgeschaltet. Oh, da drüben gucken Leute aus dem Fenster wieder. Okay. Das ist aber auch Daumen. Alter, ich bin in die Knacks. Warum machst du denn so was? Weil ich schon dreimal Daumen gegangen bin. Ich hoffe, dass ich mittlerweile genug Headshots hab hier. Okay, dann gehen wir auf die andere Seite. Willst du noch wiederkommen? Wie lange brauchst du noch? 20 Sekunden. Kommen wir die anderen auch? Das ist bei uns einfach direkt in deinem Zielfernrohr. Das ist wie wir es machen. Wir waren in Concorde, während die ganze Welt schaut. Das fühlt sich gut, dass wir uns sein. Trotzdem maximal 850 und die haben wir nicht mal erreicht. Wie lange dauert es? Hierher geht's. Okay, das ist ja, das ist ja.